Als nächstes schauen wir uns jetzt die Extreme Terror von Albert Feuerwerk bzw. Agente oder eben Funk an, denn auch davon gibt es jetzt offiziell ein Video. Die Extreme Terror hat 48 Schuss, brennt 33 Sekunden und hat 486 Gramm NEM und sie gibt es dieses Jahr für 22,22 Euro im Thomas Philips. Und was die Batterie drauf hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also der ist eher etwas bunter und die Leuchtsterne sind eben Purpur und Lemon. Bedeutet, die beiden Batterien unterscheiden sich eigentlich nur in den Farbeffekten. Ansonsten sind ja auch die ganzen Metadagen gleich, also Schuss, Brenndauer, NEM und Preis. Auch die Extreme Terror ist also wirklich eine sehr, sehr gute Batterie. Von mir gibt es also 4,5 von 5 Sternen. Guckt euch auch gerne die anderen Videos zu den Albert Feuerwerk Batterien auf meinem Kanal an. Auch zu der Purple Haze lade ich nachher noch ein Video hoch. Lasst mir also sehr gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.